Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute gewissermaßen um eine Doppelfrage vom Jonas geht, der mir aus Regensburg geschrieben hat, weil er auf meinen Social Media Kanälen gelesen hat, dass ich mich in den letzten Tagen sehr darüber gefreut habe, dass wir Freien Wähler so einiges noch mehr als sonst innerhalb unserer Bayern-Koalition durchsetzen konnten. Bezogen habe ich mich dabei einerseits auf unseren Erfolg beim Lobbyregistergesetz, den wir auf den Weg gebracht haben, zum anderen aber auch auf die neuen Corona-Regeln, die jetzt dann in unserer gemeinsamen Heimat gelten werden. Und da fragt mich der Jonas jetzt, ob ich den nicht mal ausbuchstabieren könnte, was denn da aus meiner Sicht jetzt unser Erfolg sei. Das mache ich, lieber Jonas, natürlich sehr, sehr gerne, vielleicht zunächst zum Lobbyregistergesetz. Einfach deshalb, weil das ja sozusagen eine uralte Forderung von uns freien Wählern war, die wir schon erheben seit wir 2008 zum allerersten Mal hier in den Bayerischen Landtag eingezogen sind. Wir sind der Meinung, Staatsregierung und Parlament haben vor den Menschen in Bayern, für die sie arbeiten, schlicht nichts zu verbergen. Und an dieser Einstellung hat sich auch durch unsere Beteiligung an der Bayerischen Staatsregierung nichts verändert. Ganz im Gegenteil, wir haben schon die Irritationen um den CDU-Bundespolitiker Amthor im letzten Jahr zum Anlass genommen, um das Thema Lobbyregister, um das Thema Transparenzgesetz nochmals auf die Agenda unserer Bayern-Koalition zu heben. Und Kollege Vizepräsident Alexander Holt und ich haben dann schon im November letzten Jahres, also weit vor der jüngsten Maskenaffäre, einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur innerkoalitionären Beratung vorgelegt. Dieser Gesetzesentwurf ist es, den wir jetzt erfolgreich ins Parlament eingebracht haben. Also das Ende eines langen Weges für uns freie Wähler, da hat wirklich der viel zitierte Städtetropfen jetzt mal den Stein gehüllt. Und es ist natürlich immer schön in der Politik, wenn man sich lange für ein Thema einsetzt, dafür kämpft und am Ende des Tages dann zum Erfolg kommt. Ich meine, da haben wir Freien Wähler jetzt schon dazu beigetragen, ein Stück weit frischen Wind in bayerische Landespolitik zu bringen, ja vergrustete Strukturen aufzubrechen und dafür zu sorgen, dass wir besonders moderne, weil besonders transparente Politik hier im Bayerischen Landtag machen. Zum Zweiten, glaube ich, ist der Zeitpunkt, den wir jetzt gewählt haben, um dieses Lobbyregistergesetz einzubringen, ein absolut idealer, weil die Corona-Krise leider dazu geführt hat, dass auch in unserer gemeinsamen Heimat immer und immer wieder politische Rattenfänger, politische Geschäftemacher, solche unterwegs sind, die versuchen, ihr Gift auszustreuen, um unsere Gesellschaft auseinanderzutreiben. Die versuchen, ja so ein Stück weit, so nehme ich das wahr, ein Klima zu erzeugen von denen da unten, vermeintlich gegen die da oben, ja die nachgerade mit Fake News Hetze gegen das politische Establishment betreiben. Und die einzige Chance, die wir seitens der Politik haben, sozusagen das Gegengift zurückzuschießen, ja das Gegengift auszureichen gegen diese politische Rattenfängerei, besteht nach festen Überzeugungen von uns Freien Wählern in maximaler Transparenz. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir, weiß Gott nicht, die da oben sind, die in irgendeiner Art und Weise im Hinterzimmer über das Leben und die Lebenswirklichkeit der Menschen in Bayern entscheiden. Nein, wir arbeiten für die Menschen und wir tun das mit maximaler Transparenz. Ja und drittens und letztens zum Lobbyregistergesetz bin ich auch stolz darauf, dass wir damit sozusagen die Benchmark setzen für moderne Politik in Deutschland, deshalb, weil wir weit über das hinausgehen, was der Bundesgesetzgeber zum gleichen Thema beschlossen hat. Bei uns hier in Bayern gibt es einen exekutiven und einen legislativen Fußabdruck. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann im Internet transparent in Zukunft nachvollziehen, wer mitgesprochen hat, wenn allgemeinverbindliche politische Entscheidungen getroffen werden. Wir setzen hohe Bußgelder, bis zu 50.000 Euro auf Verstöße und wir sorgen dafür, dass damit echte Transparenz einkehrt, auch über einen bayerischen Verhaltenskodex, den es im Bund nicht gibt, der noch einmal dafür sorgt, dass solche Dinge, wie wir zuletzt erleben müssten, am Beispiel einiger Bundestagsabgeordneter und möglicherweise auch eines bayerischen Landtagsabgeordneten, die sich am Maskenkauf ja an der größten Not der Nachkriegszeit in unserer Heimat persönlich bereichert haben, auch dem schieben wir ein gutes Stück weit über den Verhaltenskodex einen Riegel vor, schaffen damit Transparenz, können natürlich nicht Kriminalität verhindern, denn wer bereit ist, Gesetze zu brechen, der wird durch neue Gesetze davon nicht abgehalten. Aber ich meine schon, dass wir ja einen erheblichen Beitrag über maximale Transparenz auch dazu leisten, dass auch solche Dinge nicht mehr passieren. Also großer Erfolg nach über einem Jahrzehnt Engagement für dieses Thema jetzt durch das Lobbyregister. Das kommt auf Initiative von uns Freien Wählern. Das war, lieber Jonas, der eine große Erfolg, über den ich mich da in diesem Post, auf den du Bezug genommen hast, gefreut habe. Ja, und der zweite Erfolg, der besteht in dem, was das Kabinett jetzt beschlossen hat, in den neuen Corona-Regeln in Bayern. Wir waren ja als Bayerische Staatsregierung, als Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU immer in einem Dreiklang unterwegs die letzten Wochen und Monate. Mein persönliches Gefühl war immer, dass die CSU sehr stark stand für Umsicht und Vorsicht und dass wir Freien Wähler diesen Dreiklang um die Zuversicht erweitert haben. Und ich habe schon den Eindruck, dass diese Zuversicht jetzt auch unter der Maßgabe Gott sei Dank endlich sinkender Zahlen, endlich das dominantere Argument, ja die wesentlichere Kategorie in diesem Dreiklang geworden ist, sodass jetzt auch ganz wesentliche Beschlüsse, die wir Freien Wähler uns immer gewünscht haben, bisher aber noch nicht durchsetzen konnten, endlich politische Realität in Bayern werden. Ich mache drei Beispiele. Zum einen die Gleichstellung von zweifach Geimpften und Genesenen, mit denen, die negativ getestet sind. Da steckt einfach die Logik dahinter, dass es Freiheit ist, die den Normalzustand in einer Demokratie ausmacht. Dass es deshalb auch kein Impfprivileg ist, wenn eine solche Freiheit, die in Diensten des Schutzes von Leben und Leib mal eingeschränkt werden muss, die wieder zurückgegeben wird. Ganz im Gegenteil, dass die Wiederherstellung des Normalzustandes, das ist der erste von vielen sukzessiven Schritten zurück in unser altes Leben, zurück zu Freiheit und Normalität. Und das ist jetzt endlich auch so vollzogen bei uns in Bayern. Schneller als im Bund. Wir warten nicht auf Berlin trotz Bundesgesetz, sondern wir gehen weiter unseren bayerischen Weg als den erfolgreichen Weg der Corona-Krisenbewältigung. Ein zweites Thema, das uns Freien Wählern sehr wichtig war, betrifft die Schulen. Es war unser Ansinnen, möglichst viele Schülerinnen und Schüler zurück in den Präsenzunterricht zu bringen. Und da war es natürlich auch Wasser auf unsere Mühlen. Denn, weil es da um die Bildungsgerechtigkeit und die Zukunftschancen unserer Kinder geht, jetzt auch im medizinischen Bereich die Studien gezeigt haben, dass es über das hinaus auch der Corona-Eindämmung zu Pass kommt, wenn die Kinder im Präsenzunterricht beschult werden und dort getestet werden. Ja, dass das also nicht einzig, und das wäre uns schon wichtig genug gewesen, der Bildungsgerechtigkeit und den Zukunftschancen unserer Kinder dienen, sondern sogar unserem gemeinsamen Kampf gegen Corona. Und deshalb ist es wichtig und richtig, jetzt das Gro der Grundschulen in Bayern wieder aufzumachen und nach Pfingsten dann auch die weiterführenden Schulen sukzessive zurückzuführen in den Präsenzunterricht. Ein Riesenerfolg von uns Freien Wählern, die wir ja den Kultusminister stellen und genau dafür geworben haben und uns jetzt in der Koalition entsprechend durchsetzen konnten. Und ein drittes und letztes Beispiel. Ich glaube, da muss ich nicht sagen, dass wir Freien Wähler dafür besonders geworben haben. Uns ging es darum, mit negativen Tests, dann wenn also jemand nachweisen kann, dass er die nächsten 48 Stunden niemanden anstecken kann, den Menschen auch zu ermöglichen, wieder in die Außengastronomie zu gehen, wieder zu Kunst, zu Kultur, zu Sport zu gehen, in den Handel zu gehen, ja, das öffentliche Leben so langsam wieder hochzufahren. Und auch das ist jetzt geltende Beschlusslage in Bayern. Dort, wo die Inzidenz unter 100 ist, kann das im letzten Mai-Drittel schon wieder so geschehen. Heißt also, wir sind jetzt endgültig dort angelangt, wo wir immer sein wollten, wenn wir das herbeireden wollten. Ja, wir sind jetzt auf der Zielgerade der Bewältigung dieser Pandemie. Jetzt ist Licht am Ende des Tunnels da. Jetzt geht es um Zuversicht. Jetzt kann ein gutes Leben mit Corona organisiert werden, bis wir den ganzen Wahnsinn dann endlich durch die Durchimpfung, durch gute Therapiestrategien final hinter uns lassen können. Also zwei große Erfolge von uns Freien Wählern, lieber Jonas, in den letzten Tagen. Lobbyregister gesetzt, nach vielen Jahren des Kampfes dafür auf den Weg gebracht und einen Strategiewechsel herbeigeführt innerhalb der bayerischen Corona-Politik zugunsten von mehr Freiheit und mehr Normalität. Es zeigt in meinen Augen, dass es gut ist, dass wir Freien Wählern mitregieren, dass es einen Unterschied macht, ob die CSU alleine regiert oder ob sie einen bürgerlich-liberalen, einen konstruktiven und starken Partner hat wie uns Freie Wähler, der sich in den letzten Tagen erfreulich gut auch durchsetzen konnte innerhalb unserer Koalition. Das, lieber Jonas, zu deiner Frage. Und falls ihr auch jene Frage habt, dann postet es gerne wie immer unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, Frag Fabian.